Eine heftige Explosion und eine riesengroße Schweinerei. Hier fliegt ein Spanferkel in die Luft. Familiengrillparty in Thailand. Das Highlight, ein halbes Schwein, aufgespannt am Spieß, geröstet über glühenden Kohlen. Das Essen brutzelt vor sich hin, alles wartet gemütlich auf den Gaumenschmaus. Ein Familienmitglied begutachtet den Braten noch, doch dann... Boom! Der Mann, der in diesem Moment direkt daneben steht, hat großes Glück. Die Stichflamme und die glühend heiße Kohle verfehlen ihn. Wie es scheint, bleibt er unverletzt. Vermutet wird, dass eine Überhitzung des Betonbodens die Explosion verursacht hat. Womöglich ist heißes Fett vom Schwein auf den viel zu heißen Untergrund getropft. Von der Feuerstelle bleibt nicht mehr viel übrig. Und der Schweinebraten? Der ist zwar etwas verkohlt, kann aber gerettet werden. Schwein gehabt!